Ja, müssen wir alles in Beiß machen, weil alles andere beißt sich einfach furchtbar in rosa. Du kannst keinen Holzton nehmen, wenn du alles in rosa hast. Das geht einfach nicht. So, nur hier, der Spiegel funktioniert sogar, bis auf mich. Aber ich bin ja eh nur so ein Geist. So, hier ist alles fertig. Hier ist alles fertig. Dann kommt der Raum dran. Oh, verkaufen. Hier haben wir erst angefangen, oder was? Kronleuchter mit Kugeln ist auch noch da. Super. Wir haben den Raum hier vergessen. Super. Machen wir erst mal das. Und das machen wir dann noch mehr rot. Ach, das ist der Wandbelag, ja. Wir machen ein richtig schönes Crimson. Leg die Paneele ab. Verkauf die Paneele. Und jetzt machst du... Genau das. Ja, das geht auch mitgedrückt halten, aber hat mit den Paneele relativ wenig zu tun. Oh, das wird ein Batu. Mh... Da ist die Frau Lillifee. Und hier halte ich mich mal dran, auch aus Kostengründen, dass wir... Wobei ich es gerade da besonders schön fände. Na, egal. Komm, wir gucken. Erst mal, ob das überhaupt so gelten lässt. Das ist sehr langsam. Ein Paket mit Fliesen wäre nicht schlecht. Diese Jazzmusik. Ich kann einfach nicht genug davon kriegen. Boah, wegen der Beleuchtung sieht die Ecke echt übel aus. Schmuddelig. Und dabei ist sie das doch gar nicht. Ein Paket mit Fliesen wäre nicht schlecht. Zwei Pakete mit Fliesen wären auch nicht schlecht. Drei Pakete mit Fliesen wäre der Traum. Oh, so, ich bin ganz kurz mal in Gedanken versunken. Weil, ich meine, wenn das hier rauskommt, haben wir... ...April. Im Moment sieht es aus, als würde hier ein Atomkrieg zur... ...Möglichkeit stehen. Ah, eins reicht. Was? Nein. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte... Achso, das geht. Warte mal, das machen wir erst mal noch. Ja. Wir machen es komplett so. Iiii, ist das eklig. Oh, das wird ein Batu. So. Und vielleicht ist der schon, wenn das hier eigentlich rauskommen sollte. Na. Da ich ja im Voraus aufnehme und dann alles hochlade und praktisch mit einem Timer versehe, sind meine Daten womöglich in den USA, wenn hier schon alles brennt. Ja. Kann sein. Ich glaube nicht. Aber es kann. Alter. Ich schnappe mir jetzt... Erstmal lege ich das ab und verkaufe es, solange ich es noch sehen kann. Ja. Upsa. Das war knapp. So, und jetzt... Nein, mache ich das nicht, sondern... Nein. Diese Badewanne in einem... Achso, nee. Nee, die gibt es nur in weiß. Mhm. Die muss ich noch montieren. Zack. Zack. Das Montieren ist so viel einfacher geworden. Dann das Waschbecken. Schwarz. Ja, komm. Ja, komm. Montieren. Ich muss im Prinzip noch... ...ungefähr da hinklicken, wo er mich sowieso hin nutzt. Das war vorher wirklich anders. Ich hätte es nicht sagen sollen. Fertig. Boah, Alter. Ah. 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 Oh, ja, ja, ja. Nee. Buh. Jetzt wird es echt eklig. Aber groß. Es tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Gut vibes only. Ah, ist das toll. Und hier? Das gleiche. Was passt dazu? Natürlich das. Fum. Natürlich. Fum. Wippo Um Wee Ah, Kaiel Moment, ach das, 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 die, die, mhm, alter, ja, gut, da passt jetzt natürlich überhaupt nichts mehr. Deswegen nehmen wir den Aurum, der wäre günstig, Flores, ah, aber in Silber und ausnahmsweise mal groß. Gut, da geht ja wirklich nur der da. Natürlich in dieser Farbe, klar. Hm, da hin? Gut, so, dann, heller, schmaler Vorhang, ne, Leitungsanschluss-WC. Good vibes only. Aha. Hängende Toilette fehlt in der Farbe. Du kannst da nicht viel machen. Kannst du einfach nicht. Kannst du einfach nicht, geht nicht. Oh, was, äh, da war ne Ratte. Ich hab's gesehen. Das muss ich beim nächsten Mal nochmal probieren. So. Dann, äh, der Vorhang. Dreimal. Weiß passt überhaupt nicht. Schüpp, schüpp. 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 Okay. Jetzt ist natürlich auch meine Neon-Beleuchtung ein bisschen... Die Textur ist da, aber die ist durch das Licht einfach kaputt gemacht. Da ist der Schattenwurf, glaube ich, nicht ganz okay. Wir schnappen uns noch die Badezimmertüren. Ja, tut mir leid, aber das geht jetzt auch nur noch... Ne, komm, wir machen auch hier. Ah, ne, das ist... Wir nehmen hier schwarzes Holz. Ich hätte halt eben kein Holz genommen. Aber schwarz passt. So. So. So, dann müssen wir uns... Ist das... Nein, das will ich nicht. Ach komm, lass mich doch ein bisschen weiter. Okay. Ah. So, geflektet... Was? Der heißt doch... Geflektes, okay. Was für ein Aufwand dafür. Aber... Ja, aber es ist halt Paris Hilton und... Das ist der Horrorflügel. Weiter geht's. Was müssen wir hier machen? Nur noch Gegenstände kaufen. Da stimmt doch auch was nicht. Das Ding sieht aus, als wäre es... Boah, ein Scherenschnitt. Keine Ahnung. Ich würde sagen, die Ledersessel machen wir da hin. Ja, hier kommt dann wirklich der braune Salon. Klingt komisch. Äh, warte mal. Das muss ich ganz kurz ablagern, weil... Da, zack. So, okay. Kronleuchter zweimal. Egal. 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 Eins... Und... Zwei. Wandlampe. Dann robben die Schiebetür. Zwei Mal. Ja, dass es da nicht hinpasst, ist mir klar. Ähm... 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 Ach. I know. Wird das da hin? Ja klar, ich meine... So ein kompletter Außeneinsatz muss ja nicht sein, ne? Toll. Jetzt steht mir natürlich alles im Wege. Ähm... Eins... Sag mal. Sag mal. Ich sehe es gerade nicht. So, jetzt lassen wir mal kurz schauen, ist das alles so richtig? Ich kann das Gegenteil nicht erkennen. Ich denke mal, es ist falsch, aber jetzt kommen da drei Rembrandts hin. Ich glaube es ja nicht. Das sind wirklich Rembrandts. Ein Rembrandt. Ein Vermeer, der mich sehr an eine ehemalige Arbeitskollegin erinnert. Ja. Die hat sich besser angezogen, aber... Oh, ja, und der Kurvenberg. Ja, wichtig, wichtig. Nicht, dass ich von diesem Maler... Und ich bin da gar nicht mal so ungebildet, aber von Kurvenberg habe ich noch nie gehört. So. Wie fertig. Wow. Diese Etage. Ach, das ist der andere Zugang hierzu. Sind wir auch fertig. Mach zu. Mach zu. Hier. Hier dürfte noch ein bisschen was. Ein stehender Handtuchhalter. Ja, das Einzige, was in diesem Zimmer... Ich glaube, der soll eher da hin. Die Badezimmertüren. Eins. Komm, ich stelle mich da vor, dann geht es besser. Zwei. Ich glaube, das ist das bevorzugte Badezimmer, weil das andere ist ja echt unfassbar. So. Den Spiegel. Ja, sie will unbedingt den haben. Dann kriegt sie unbedingt den. Und der vermittelt sehr gut auch diesen Übergang. Nein, überhaupt nicht, aber ich sage das jetzt so. Und dieser Teppich in diesem Design. Warum mache ich das jetzt? Klovorleger. Können wir uns ja aussuchen. Fertig. Ein Raum. Innentür. Ach, verkaufen. Oh.